Herzlich Willkommen. Wir wollen heute ein Brotbacken mit einer Brotbackmischung. Es soll also ganz einfach gehen. Man vermengt einfach das Mehl und die ganzen Inhaltsstoffe sind schon alles drin, nur mit etwas Wasser. Bei unserem Brot, wir möchten es im Kasten backen. Dazu haben wir noch hier eine Kastenform. Die können wir mit ein wenig Margarine auspinseln. Und dazu habe ich noch etwas Haferflocken. Die kommen auf die Oberfläche von dem Brot, damit es besser aussieht. Nun können wir einfach zu 500 Gramm von dieser Backmischung 300 Milliliter Wasser dazugeben. Und dann schalten wir die Maschine ein. Anschließend können wir, wie gesagt, unsere Form einfetten mit etwas Margarine. Ja. 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 So, nachdem der Teil gut durchgeknetet wurde, decken wir ihn einfach ab. Und lassen ihn eine halbe Stunde gehen. Am besten mit einem einfacher Küchentuch. So, eine halbe Stunde geht er dann. Und dann füllen wir ihn in die Kastenform und geben noch etwas Haferflocken obendrauf, damit das Brot schöner aussieht. Also ich muss sagen, es ist doch viel einfacher so eine Brot-Backmischung zu verwenden, als die ganze Zutaten einzeln reinzufüllen. So, wie gesagt, anschließend geben wir noch die Haferflocken obendrauf. Man kann alternativ auch Sonneblumenkerne oder ähnliches verwenden. So, wie gesagt, das ist noch eine Spinplme, von zerofälle So, wir schieben jetzt das Brot in den Backofen und backen das Brot 45 Minuten lang bei 230 Grad und nach 10 Minuten schalten wir runter auf 200 Grad. Untertitelung des ZDF, 2020